Achso, ja, äh, ups, äh, Tag Leute, ich hab schon ganz wieder vergessen, dass man ja, äh, den, 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 den Serverbildschirm immer noch mit in der Folge drin haben muss. Hi, so, ähm, ja, oh Gott, ich bin verwirrt. Also, äh, Tag Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wasteland, so, warum geh ich jetzt hier rein, ich bin total doof. Hi, ja, ja. Ähm, ist wieder so eine Sache. Vielleicht kommt die Folge noch heute, vielleicht auch nicht, dann kommen morgen zwei. Also, morgen wäre in diesem Fall ein Mittwoch. Ähm, genau, und ich, ich, ich kann mich noch erinnern, ich wollte Zäunen machen. So viel weiß ich noch, aber gerade wollte ich noch was erzählen. Und zwar, ähm, weiß ich, ich hab in letzter Zeit so kaum Bock eigentlich Wasteland aufzunehmen. Denkt mir immer so, äh, guckt eh keiner. Und, ähm, und Terraria ist grad viel geiler. Und ich könnte ja jetzt auch streamen, das ist auch richtig geil und so. Aber jetzt gerade so, ich hab halt, hab mir gedacht so, sollte jetzt schon mal, willst ja schon in dem Dingens drin bleiben, in deinem, äh, willst ja schon die Zeit gut ausnutzen und so. Und sobald ich in dem Serverbildschirm war, dachte ich mir so, eigentlich hab ich doch Bock. So, keine Ahnung. Es, ja, äh, aber doch, ich, doch, doch, eigentlich ist es, eigentlich ist es ja geil, auch wenn's kaum jemand guckt und auch wenn... Ja, einfach für mich so, ist es schon ein cooles Projekt eigentlich. Immer noch. Auch wenn halt grad ne starke Flaute ist, ne? So, jetzt die große Frage. Wie wollten wir das nochmal machen? Wollten mehr Dingens... Hm, mehr Carpenters Blöcke? Ach, die können ja auch sla... äh, slaffen, slaffen. Äh, 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 wie, wie machen wir das jetzt am besten? Ich mein, davon brauchen wir halt auch noch einige, ne? Ah, mach mal dat alles zu... ja, komm. So, die verbrauchen sich ja dann eh wieder, so, machen wir mal hier so Boots. Dann haben wir mal wieder ein paar. So, dann brauchen wir jetzt doch nochmal wieder... Paar Sticks, so. Und dann waren so die Zäune. Ich hab keine Ahnung, wie viele wir brauchen. Mach erst mal... So, dann brauchen wir jetzt... So, dann brauchen wir jetzt... Hallo. Hi, da sind wir da... So, dann brauchen wir... Kann ich dir helfen? Hi. Der ist ein bisschen groß, oder? Schieß doch. Hibernation. Äh. Ja, er steht da so, ne? Dann lassen wir ihn doch mal. Äh, okay. Das war jetzt verwirrend. Kann's? Ach, guck mal, er ist genau im selben Moment. Selber... Ja, ja. Okay. Ja. Guck an. Das hat mich jetzt ein bisschen sehr verwirrt. Aber... Hat er irgendwas gedroppt, was geil ist? Ne, ne? Okay. Ja, dafür sind die Sentry Turals ja da. Äh, das war jetzt nur gerade so... Was passiert da? Hat mich jetzt voll... Komplett rausgebracht. Ähm. Was wollte ich überhaupt? Richtig Zäune. So. Oh, ich brauche auch bald mal neues Essen, wa? Mann, Mann, Mann. Das geht aber gar nicht. So. Also hier, genau. Und die machen sich dann direkt so zu den Zäunen, die sie sein sollen. Zu den Zäunen, die sie sein sollen. Hm, hm. So. Und ab da... Ich hab keine Ahnung. Na, wir haben auf jeden Fall noch ein paar Zäune. Kann man bestimmt noch irgendwo gebrauchen. Heben wir sonst schön auf. Ja. Und hier weiß ich noch nicht, ob ich hier Zäune machen möchte oder nicht. Oder ob ich es einfach so lassen möchte. Oder ob ich hier eine Glasfrand machen möchte. Oder... Hm. Keine Ahnung. Deswegen... Lassen wir es einfach erstmal so, wie es ist. Oh. Warum auch nicht. Jo. Und jetzt brauchen wir... Äh... Ein paar. Ich hab keine Ahnung, wie viele tatsächlich. Davon. Um die in die Zäune zu klatschen. Ja. Ja. So in der Art. Fast. Hm. Wo ist der eine Block hin? Ist der jetzt etwa runtergefallen? So ein Scheiß. Na ja. Dann ist das so. Äh. Haben wir noch... Oh nicht. Sag mal. Dann haben wir die in die Kiste getan, oder? Lustungsmäßig ist noch alles gut. Äh. Ja, sag ich doch. Hm. Hm. So. Da kann man auch mal reintun. Äh. Ja. So. 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 Hier drauf, ne? Brauchen wir doch noch. Scherp mal. So. Hat wieder keine richtige Mitte, wa? Fuck. Tja. Dann sieht das jetzt schlecht dafür aus. So. Hier drauf. Hm. Vielleicht hier so dran. Ich mein, da passt das mit dem da schön draufstellen. Hier ist halt so schon drumherum so viel. Da ist eine da. Das eine ist so. Nee. Ähm. Ja. Was tun wir denn jetzt mit dieser Area hier? Das ist eine ganz, ganz große Frage, du. Also hier wollen wir ja so den Boden haben. Das heißt, das muss eigentlich auch noch weg, ne? Eigentlich ja schon, ne? Dann müssen wir mal gucken. So. Dann bauen wir das mal ab, oder? Im Grunde muss das ja dann so sein. Dass es so ist. Dann können wir das Ganze nochmal ein bisschen neu kalibrieren. Eigentlich sogar. Wo jetzt hier was für ein Boden hinkommt. Und nicht diese Schneise hier als gegeben nehmen müssen. So. Okay. Äh. Ja. Hm. Wie macht man das jetzt? Oder wir machen direkt alles hier? Nee. Das wird zu langweilig. Nee. Nee. Wir machen schon ab hier. Gehen wir diese eine Stufe hoch. Aber was machen wir mit hier? Wir machen mal auf der ganzen Länge quasi Treppe. Oder? Oder nicht? Oder? Wie machen wir hier mit der Treppe? Ich glaube, wir sollten hier mit der Treppe anfangen, oder? Und ich würde jetzt einfach mal so gefühlsmäßig sagen. So gefühllll. Gefühllll. Ja, ja. Äh. Würde ich sagen. Hier so hin. Dass die tatsächlich direkt auf die Ebene geht. Nee. Oder doch. Äh. Nee. Warte mal. Es ist ja die Ebene. Ja. Warte mal. Ja. Warte mal. Wie macht man das dann? Warte mal. Warte mal. Warte mal. Also die Ebene gibt's ja gar nicht. Die ist ja. Ist ja. Ne. Hier. Das ist ja die einzige Ebene, die direkt hier erstmal ist. Das. So. Und da kommt noch hier drauf. Ja. Hm. Hm. Dann hatte ich jetzt so gedacht. Ja. Weil die Treppe ja schon ein bisschen weit rechts ist, wenn die hier ist. So. Und dann müsste ich die ja gleich noch auf die höhere Ebene machen. Dann hatte ich gedacht. Ja. Okay. Können wir die höhere Ebene ein bisschen später ansetzen. Dann haben wir aber wieder so viel von der gleichen Ebene hier. Was ich ja auch nicht mag. Und wir müssen. Hm. Ich weiß nicht. Hm. Oder wir sagen einfach. Wir machen es einfach hier und gut ist. So. Tada. Ja. Ja. Was machst du jetzt? Ha. Ha. Ähm. Was macht man hier mit jetzt eigentlich? Stimmt. Die Frage gibt es ja auch noch. Hm. Äh. Wie. Ist aber auch doof. Hm. Wisst ihr was auch doof ist? Dass wir schon wieder kein Holz mehr haben. Oder haben wir schon wieder Holz? Was wir noch in der Kiste haben. Äh. Oh. Nur die. Nur die Setzlinge. Können wir tatsächlich mal wieder ein bisschen ein paar von gebrauchen. So. Acht. Ja. Hier können wir auch mal alle elf nehmen. Damit wir mal wieder ein bisschen Holzsupply haben. Aber ich wollte mal sagen. Hier oben ist halt mittlerweile kein Platz mehr. Und das wird auch nervig. Wenn wir hier. Bäume anpflanzen. Das sollten wir unten irgendwo machen. Jetzt nicht direkt da vorne. Vielleicht hier auf unserem Plateau. Sondern wir können da immer schön hoch runter. Pflanzen wir einfach hier direkt unten mal ein paar Bäume an. So. Da sind wir ja nah genug dran. Das heißt die wachsen auch. So. Wenn ich das will. Über Zeit. So. Machen wir hier Birken. So. Schön im Abstand. Damit wir hier genug Platz zum Waxen haben. Und dann. Ja dann ist das so. Dann können die erstmal ja wachsen. Dann können wir unser neues Holz snacken. Nicht wahr? Boah. Ah. Finde ich ist machbar. So. So. Aber die große Frage ist. Was machen wir jetzt. Solange wir kein Holz haben. Ich meine ein bisschen Hammer ja. Jetzt hat wieder die Frage. Machen wir die Treppe hier hin oder da hin? Ah. Hier haben wir mehr Platz. Wir könnten die auch hier hin machen. Das wärst mal ne Idee du. Boah. Aber wenn wir die da hin machen ist schon ein bisschen hart oder? Ne 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 ne. Wir machen die hier. Hier. Da. Und ich. Sage jetzt. Hier. Halt. Dö. 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 Da kommt dann der Block. Da sind dann. Dö. 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 Oder so war das ne. Ist immer auf den. Ne. Ja. Doch genau. 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 So. Da müssen wir aber dran denken. Ne. Das ist ja jetzt hier nicht die Ebene. Sondern. Hier geht's ja noch ein hoch. Dat ist dann die Ebene. Jawohl. Dat ist die Ebene. Da braucht man dann auch schon mal Birkenholz zum rein. Äh. Kediseln. Mit diseln. So. Aber erstmal. Ja. Ja. So. Da. Da. So. Ist das hier die Treppe. So. Das ist die Treppe. Gut. Gut. Können wir schon mal wieder. Wie machen wir das? Machen wir. Hier haben wir gar nicht. Haben wir auch gar nicht. Aber haben wir. Hier haben wir auch gar nicht. Wir haben nur hier diese extra. Pff. Ich weiß gar nicht warum. Hm. Aber eigentlich ist es ja okay so. Hm. Dann können wir eigentlich. Das was wir jetzt so noch haben. Einfach direkt mal wieder in die Fancy Prades machen. Dann kann man schon mal. Kann man schon mal machen. Kann man mal machen. So. Dann machen wir hier so Boots. 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 So viel wie wir schon mal haben. Zumindest. Boots. 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 So. So. Damit kann man ja schon mal arbeiten. So. Dann ist das so da. Schon mal so. Und dann. Äh. Ja. Kann man es eigentlich wieder so wie hier machen. Wir haben sogar noch Mauersteine. Kann man da so machen. Ja. Hier so. Und dann geht das hier so hoch. So. Und da drumherum können wir ja jetzt quasi. Die Sachen so etablieren. Ne. Nicht dahin. So. Haben wir das da auch so. Ja. Ne. Genau. Da haben wir das so auch so. Das ist hier so die Ebene. Und dann. Genau. Und dann gehen wir jetzt erstmal ins Bettchen. Boots. Boots. Und hoffen, dass jemand anderes auch schlafen geht. Ja. Das dürfte jetzt wahrscheinlich mal kurz dauern. Bis jemand anderes noch dazu kommt. Ah. Es ging sogar recht schnell. Sehr schön. So. Du. Du. Ähm. Ähm. Ah ja. Richtig. Warte. Können wir das von hier sehen? Äh. Ne. Nach unten gucken können wir nicht so einfach. Boah. Der immer mit seinen Federn. Der federt so hart. Ne. Das ist. Äh. So. Bäume. Oh. Guck mal. Genau im richtigen Moment. Der hat gemerkt. Aha. Der Quantum guckt zu. Da kann ich doch mal wachsen. Ah. Jawohl. Jawohl. Hier machen wir nochmal eben ein bisschen. Batz, batz, batz. Und wie das. Genug Saplings haben wir sowieso erstmal. Ne. Ja. Ist keiner rausgekommen. Ist auch okay. So. Haben wir erstmal. Uh. Na jetzt. 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 Jetzt übertreiben sie ja aber direkt. Ja. Jetzt wollen sie es wissen. Na dann. Dann machen wir das. So. Oh. Haben wir erstmal wieder ein bisschen Holz. So. Jetzt reicht es aber. Wird eigentlich wieder hoch. Ne. Ihr wachst jetzt nicht nochmal. Das wäre natürlich. Bisschen. Bisschen. Bisschen viel. Schwupps. So. Genau. Dann können wir direkt mal wieder hier. Da. Da. Und dann. Oh. Wir müssen neues Essen holen jetzt. Jetzt wird es aber mal eng. Ein Brot haben wir nur noch. Äh. So. Wir machen. Nie. Warte. Wir zählen es ab. Ja. Ja. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. So. Sechs Stück. So. So. Das eine. Warte mal. Lass uns erstmal das eine hier loswerden. Und zwar. Pff. So. Haben wir das los. Also. Hier. Boots. Und da Boots. Und da Boots. Und da Boots. Und dann noch Boots. Und Boots. So. Haben wir die Treppe. Schön. Du kommst mal weg. Gut. Ich brauch mal hier gleich nicht mehr. Ju. Jetzt ist halt die Frage. Was mach mal hier. Mach mal hier eine Hartkante. Oder mach mal hier. Hier hab ich ja die Mauer so abgestuft. Ne. Das gefällt mir auch eigentlich ganz gut. Aber was machen wir mit diesem Bereich. Der ist so. Mh. Mh. Wir machen erstmal Erde weg. Ja. Und dann. Kommen wir vielleicht auf schöner Gedanken. So. So. Was machen wir mit dir? Was machen wir mit dir? Du bist so ein komisches Etwas am Bereich. Der eigentlich einfach weg sein könnte. Einfach nicht da. Und dann wär gut. Hm. Was soll denn auch an so eine Kackschriege hin? Oder wollen wir. Mir fällt grad echt nix besseres ein. Außer ne. Äh. Äh. Ja. Einbuchtung. Fällt mir grad echt. Äh. Fällt mir nix besseres ein. Machen einfach. Wir machen einfach. Ja. Wir machen einfach. So Mauerstein haben wir nicht mehr genug. Hm. Brauchen wir auch wieder Neues. Mensch. Wir brauchen von so viel Neues. Ey. Machen wir weg hier. Kack Federn. Ey. Boah ey. So. Ah. Wir haben noch ein bisschen Stein hier. Und ansonsten. Nein. Nee. Oder? Ist dat schon wieder fast ein. Och. Du kannst mir doch jetzt nicht sagen. Das ist schon. Dat ist ja mal. Hm. Wat mach man da? Wat mach man da? Äh. Das reicht bestimmt auch wieder nicht. War? Hm. Aber egal. Wir machen jetzt ja erstmal so. Im Grunde. Ja komm. Lass es uns einfach hiermit verbinden. Und gut ist. So. Aber wie. Aber wie. Hm. 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 Dann haben wir halt hier so einen Kackknick nach ganz bis drinnen rein. Das ist ja. Wer macht denn so einen Scheiß? Eigentlich funktioniert das alles gar nicht. Also eigentlich. Eigentlich. Nee. Nee. Das können wir so nicht machen. Das können wir so nicht machen. Das ist. Das ist so nicht machbar. Das ist. Wie macht man das? Wir können jetzt nicht einfach hier auf der Ebene Boden bis hier. Und dann haben wir ja hier an der Mauer. So. Bis hier hin. Und dann haben wir hier. Nee. Das. Das passt ja überhaupt nicht. Was macht man da? Ich will jetzt nicht einfach die Mauer hier noch höher ziehen. Aber das ist ja auch doof. Also haben wir hier so schön abgestuft. Und dann. Däh. Hey. Aber das können wir so nicht machen. Das kann man. Das kann man so nicht verantworten. Das geht so nicht. Wie haben wir denn. Da haben wir ja auch so diese Kacklücke. Und da haben wir wirklich bis ins letzte. Einfach so gemacht. Aber da hat man auch eine fette Mauer neben. Hier ist halt das Problem. Hier haben wir halt eine abgestufte Mauer neben. Dann hätten wir halt hier quasi so einen Holzblock rausragen. Ja. Es ist schwierig. Ja. Oder. Wir machen das ganze Stück weg. Weiß ich nicht. Erstmal. Erstmal ist ja aufgebraucht. Also ich würde mal sagen. Also ist jetzt erstmal vorbei hier die Folge. Wenn es euch gefallen hat. Dann lasst doch ein Like. Klar bin ich dann nicht. Und wir gucken nächste Folge weiter. Bis dahin. Erstmal hier also. Ciao Leute.